Alles beginnt mit Ihrer Idee und die setzen wir ganz individuell mit Ihnen zusammen um, dass Sie ganz schnell zu Ihrer Traumküche kommen. Klassische Raumkonzepte, wie zum Beispiel diese L-Form Küche, lassen sich richtig toll aufpeppen. Hier wurden zum Beispiel unterschiedliche Farbmuster in den Fronten gewählt und es gibt den ganzen etwas frischer. Warum nicht mal ein richtig tolles und kräftiges Gelb? Bei Höfner finden Sie so viele unterschiedliche Farben und Fronten und Ihre Wunschlieblingsfarbe ist garantiert auch dabei. Wünsche sind unterschiedlich und bauliche Eigenschaften erfordern manchmal kreative Lösungen. Ich bin hier in einem Dachgeschoss, wir haben wenig Platz. Aber auch dafür gibt es bei Höfner kreative Küchenkonzepte. Zum Beispiel hier diese Schubladenlösung. Wir haben auf dieser Seite ganz viele Schubladen, wo zum Beispiel Geschirr, Besteck oder Dekoartikel rein können. Aber jeder Zentimeter wurde genutzt, denn auch hier auf dieser Seite befinden sich mehrere Schubladen und somit können Sie alles super verstauen. Diese Küche ist wirklich ein richtiges Stauraumwunder. Hier passt so viel rein. Und die flexiblen Besteckkonzepte sind auch noch austauschbar und somit ist alles in bester Ordnung. Das Highlight dieser Höfner Küche für kleine Räume ist definitiv die ausziehbare Arbeitsplatte. In den Höfner Möbelhäusern finden Sie eine riesengroße Auswahl an Küchen und dort können Sie sich erst einmal inspirieren lassen. Und gemeinsam mit unseren Top-Küchenberatern gestalten wir dann mit Ihnen zusammen Ihre Traumküche. Wir freuen uns, wenn wir Sie recht bald in den Höfner Möbelhäusern begrüßen dürfen und dann können Sie natürlich auch gleich den ganz neuen Küchenkatalog mit nach Hause nehmen. Und wenn Sie es nicht schaffen, schauen Sie einfach mal vorbei bei hofner.de und stöbern Sie durch unsere große Auswahl. Viel Spaß! Um, bis jetzt! Um, bis jetzt! Vielen Dank.